willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge der clash of clans mit mir im torsten ja auch die große frage ist schaffen wir diesmal den aufstieg in die champ 1 liga hier bei der sccwl oder nicht das ist wirklich im moment super super spannend und ich will das ganze auch ein bisschen für euch noch weiter festhalten denn wir sind ja noch längst nicht fertig weiß einige werden heute oder morgen mit ihrer liga schon fertig sein denke ich mal aber der noah probiert sie jetzt ich habe jetzt wirklich gerade mal wieder das ist auch das ist auch sehr sehr häufig so ich drücke ganz ganz fix f9 und dann habe ich hier schön live angriff mitten in einer ganz normalen youtube folge freut mich natürlich immer dass er es dann so mit kriege ist es auch das auch nichts abgesprochen die seht sonst hätte ich wer es abgesprochen hätte ich diesen angriff von anfang an gezeigt also oftmals wissen meine teammates davon nichts aber ich glaube sie sind auch nicht sauer 54 prozent das sind schon mal zwei sterne das ist das schon mal stabil würde ich mal so sagen im letzten klang die kann man ein bisschen glück gehabt deshalb vielleicht im live stream gesehen dort hatte der gegner keine klaren burgen in chem 2 ist auch sehr sehr außergewöhnlich und wir haben den vorletzten auch recht hoch gewonnen da sind wir noch mal ein bisschen an die spitze gekommen jetzt der vorletzte spieltag glaube ich wird das ganze hier entscheiden und ich habe beziehungsweise man hat mich dann auch ausgewechselt naja gut okay ist aber nicht so schlimm ich denke ich kriege irgendwie meine acht ständchen hin und da soll auf jeden fall das beste team von uns ran und deswegen bin ich im sechsten krieg mal nicht mit dabei ist aber auch mal ganz schön so eine kleine pause hier davon zu haben ich bin dann doch schon in einigen clans am mitkämpfen und hol da so meine sterne oder holt sie nicht aber hier ist es schon wirklich gespannt kann ich euch sagen chem 2 ist eine coole liga wenn man es ja immer schon so ein bisschen gequält hier im moment sieht es aber ganz ganz gut aus denn wir sind 23 22 vorne das heißt wir haben schon ein trippel hier gefahren und im vorletzten klankrieg ich glaube der war ja noch im live stream dran haben wir 34 25 gewonnen und die 34 haben es natürlich richtig richtig weit nach vorne getragen kann man nicht anders sagen nämlich immer noch an den zweiten platz aber elf sterne hinter uns wir müssen noch ein bisschen mehr trippi trippi hier also trippeln ich bin echt gespannt wo das ganze hier lande sind jetzt schon ein paar sterne über Hanoi aber das das ganze ändert sich auch immer wieder je nachdem wer hat schon viele angegriffen wäre schon wenig wir haben jetzt acht beziehungsweise Hanoi hat acht wir haben elf also die können auch noch ein bisschen rankommen ich denke mal wir drei da oben machen das irgendwie so unter uns aus keine ahnung die 300 allemanns ich glaube die haben wir in der letzten runde kann das sein ah nee da haben wir noch mal den gegner das ist der sechste im moment mit 139 ist natürlich ein bisschen wenig aber sei mal dahingestellt wir haben auch schon gegen gegen nicht vermeintbar nicht so gute gegner unsere felsen gelegt so muss man es ja sagen aber hier ist es wirklich wirklich im moment super super spannend ich bin auch wirklich mal gespannt ob wir es diese saison schon schaffen oder ob wir uns noch eine saison hier durch quälen müssen endlich nach champion 1 zu kommen aber den trippel newtown wieder okay gucken wir mal was er hier gerissen hat okay das sind so ich würde fast sagen das sind so so übliche designs man es findet sehr sehr viele designs im moment gleich und auch wieder mit elektronen mit elektronen wird hier ganz ganz viel natürlich auch hier oben angegriffen da hat er es leider schon mal ein wenig schaden kassiert von den luftminen das ist natürlich schade dass man nicht daran gedacht hat dass er erst in uns eben mal vorstückt dass die den schaden bisschen weg fressen und die elektronen hier dann ganz ungehindert erstmal ohne schaden durchfliegen können aber scheinbar hat er sich das dabei gedacht pfanne läuft schon mal ganz gut hier ging es hier noch außen am werke queen geht jetzt auch mit nach außen die ganzen drachen in der mitte aber ich hatte euch ja das ist ja das ist ja der trippel aus dem jetzigen ck aber im letzten hat man sich dann schon einfacher getan wenn der gegner keine klan bogen hat dann muss da nichts nichts einplan so nach dem motto wie kriege ich die gelockt ja gestern hat einer gesagt immer wenn was live ist oder wenn ein video ist dann ist bei toto in der tat das tablet am bimmeln hat er auch recht gehabt hat er absolut recht gehabt aber schön hier mit den elektronen ok bleibt jetzt noch multi inferno stehen das aber nicht so schlimm für die nun schon aber für die elektronen natürlich ein gefundenes fressen und cool gemacht hier habe ich noch gar nicht gesehen ich war nur zeitweise heute online habe so ein bisschen meine ags gemacht koordiniert komme ich auch noch zu saison abschluss bei herausforderer und auch aus dem kleinen 15er event klar deutschland werdet ihr sicher nicht noch was sehen da sind wir eigentlich ja da sind wir so so verhalten und ruhig da machen wir einfach unsere angriffe und freuen uns eigentlich dass die liga für uns dort gut gelaufen ist also dort sind wir auch nicht so hoch gold 2 aber ich denke mal jeder kann so ein bisschen die marken mitnehmen gerade weil wir da ja glaube ich ich glaube wir sind 13 9 oder 12 9 aber die können natürlich super was mitnehmen wenn sie denn noch nicht mex sind ich meine mit dem schief nehme ich gerne die marken mit irgendwann geht der schief ja auch auf rathaus 10 und dann kann ich immerhin ja ich weiß mit dem sieben tage cool down aber immerhin kann man sich den ein oder anderen hammer dann gönnen aber schön gemacht hier auf die nummer 11 9 auf 11 hier ich muss selber noch angreifen ich greife immer erst morgens an so nach der ersten tasse kaffee und den ersten augenaufschlag jetzt muss ich mal schauen wo ich denn hier eingeteilt wurde das weiß ich nämlich gar nicht speicher toto oder riemann schock wenn ich meinen namen lese ja das ist auch zu machen okay das ist zu machen ich kriege und discord rein solltet ihr übrigens auch reingehen in den discord ich kann euch genau sagen warum schaut euch das einmal an hier keine keine folge ohne werbung keine folge ohne werbung im sommer ist richtig was los also auch für euch jetzt nicht unbedingt nur für oder für 7 gibt es ja jetzt demnächst das neue turnier rathaus 7 turnier aber 8 und 9 sind im moment so ein bisschen außen vor muss ich ganz klar so sagen das turnier hier was ich euch hier vorstelle in der davor stelle ist vom offiziellen server vom clash server nee wie heißt er der coc event server so heißt der coc event server und ich ziehe mir das ganze auch mal nach vorne dann kann man das eben mal ganz ganz schnell durch ackern also beach party hier no dip format breakdown wie 3 3 4 sein also 3 12 3 11 4 10 22 bis 4 8 geht also ein bisschen in den august rein anmeldung siebte siebte bis 15 siebte also die anmelden laufen schon ich habe auch heute schon unheimlich viel darüber gesehen und das ist wirklich das ist eine ganz schönige sache sommer beach das soll ja auch chillig sein also 30 grad im schatten die sonne scheint im moment ja eher weniger aber es macht auch glaube ich nichts nach der ersten hitze periode glaube ich sind alle ganz froh keiner meckert im moment übers wetter so nach dem motor ist ja so kühl und heute war es ja auch ganz ganz grau es hat aber keinen tropfen geregnet in zusammenarbeit mit dem partner dem coc event server dürfen wir das beach party turnier vorstellen oder das turnier beach party vorstellen was das beach party ist ein turnier das gab es schon mal in einem kleinen entspannten format erschaffen für die deutsche klankriegs community also für euch was wann wann wo was und wo breakdown 334 gespielt kein dip format das heißt also ich meine ok die 10er können eh nicht dippen sie könnten dann höchstens nach oben gehen ich glaube dass es ist das erlaubt das weiß ich gar nicht wenn es nur dip ist es ja immer ein gegner runter weiß ich nicht genau mache ich mir nochmal schlau gruppenspieltage sind zeitraum 22 27 und die playoff sowie das finale werden in der woche von 29 und vierte achte ausgespielt wissen wir da haben wir sowieso richtig viel mal live und die anmeldung für dein team erfolgt über den gml-server falls ihr da noch nicht drin seid ich glaube die haben auch ein facebook account twitter account müsste ich jetzt selber mal nachschauen ich werde immer irgendwo eingeladen aber wer so ein bisschen in discord verlinkt ist mit deutschen clash of clans liegen und so weiter der wird hier schon drin sein hier gibt es wirklich wirklich viele mitglieder anmeldephase beginnt jetzt deswegen wurde ich noch mal angehalten toto kannst das nicht mal vorstellen ja hiermit getan leute ich hoffe ihr seht euch dort wir sehen uns dort ich bin wirklich mal gespannt wird sicherlich eine coole aktion freue ich mich auf jeden fall schon drauf gibt ja im moment wirklich viele events in die ich mit rühre aber das ist auch nicht so schlimm dann hat man mal so ein bisschen abseits von nur cw und farm so ein bisschen was zu tun also zumindest ich jetzt finde das eigentlich ganz ganz nett bei einigen sachen kann darf ich allerdings nicht mitspielen das ist aber auch nicht so schlimm dafür dürfen es dann halt die anderen die wir dann sicherlich nett in szene setzen und dann machen wir das bild jetzt erstmal wieder weg und gehen noch mal in clash of clans rein also hier noch mal in die in die laufende liga beziehungsweise in die abgelaufen liga und sieht eigentlich gut aus mit drei siegen und erst einer niederlage ich bin richtig richtig zuversichtlich und auch das was wir eigentlich immer an prozenten abliefern kann sich sehen lassen auch im letzten vorletzten auch ich glaube den einnehmer verloren haben da haben wir jetzt nicht so wirklich wirklich schlecht ausgesehen was prozent angeht da war der gegner einfach mal nur kurz kurzfristig mal besser also alles ist hier ich denke alles ist hier gut auf augenhöhe hier sticht im moment keiner raus der nächste gegner also der farm oder der der clan syria oder fdw syria was es auch mal heißt weil die sind sicherlich richtig richtig nett ich hatte gesehen im vorletzten klarkrieg glaube ich zu anfang oder haben die gleich getrippelt weißt du dann siehst du dann siehst du schon mal in den runden dass seine ein steht und schon mal drei sterne da weißt du schon die haben wieder gut losgelegt holler die waldfee und aber hier im rathaus zwölf bereich macht der frankie das hier sehr schick ich frage mich mal wie haben die die helden jetzt schon so hoch ich will mich ja immer noch kein helden buch in weit weit und breit keins im shop ich habe mich ein bisschen gerne muss ich sagen dass ich die 1099 mal eben investiert habe in der vorletzten woche oder letzte woche gab es ja noch zwei helden bücher mit zwei anderen hämmern hätte lieber machen sollen schade drum ärgert mich da eigentlich an der stelle ein bisschen aber was willst du machen ich habe lange da mit mir gehadert kaufst das paket nur für die beiden helden bücher oder lässt es lieber sein und wartet bis wieder eins im shop da ist oder wir vielleicht noch eins erspielen können im moment ist ein bisschen mauer es gibt wirklich nur cwl im moment und die die und und den pass eigentlich zu spielen nichts drumherum ich denke mal in der woche wird irgendwo wieder ein bisschen was auch von supersil kommt liga geht ja für einige schon zu ende und dann wollen die leute natürlich denke ich mal wieder so ein bisschen was anderes spielen hier mit drachen drachen habe ich jetzt schon länger nicht gesehen in der cwl aber die gehen natürlich auch es muss hier durch seine base durch außen noch king und queen aber auch schon ziemlich stark angeschossen und ich denke mal hier holt der frankie noch mal alles raus kriegen ist noch mal zündbar also recht viel läuft hier schon mit max helden ich bin ja jetzt ein klang krieg raus und vielleicht lässt man mich den nächsten auch noch aus ich glaube ich habe dann meine acht sterne wenn ich denn zwei hole noch in diesem krieg hier und dann kann ich vielleicht doch schon einfach den könig mal starten ich wollte eben meine helden weitermachen also king und worden müssen noch ein paar level und da kann ich einfach mal so ein bisschen clash of clans liga sccwl und kann die anderen sachen mal so ein bisschen genauer mit den leuten planen die ganzen events die ganzen termine absprechen vor allen dingen wann macht wer was also ich bin wirklich wirklich mal gespannt der splat hier unten 71 prozent auch eine hohe nummer man meint hier so eine base die hat noch so viele weiße mauern und auch noch goldene mauern dass sie nicht so stark sind aber ihr müsst immer ihr müsst immer die defensive betrachten nicht unbedingt die mauern okay wenn man jetzt davon ausgeht ja so eine karre die braucht natürlich schon ein schlag mehr wenn du max mauern hast normal braucht sich zwei schläge durch eine mauer hast du aber hier blaue mauern also die rathaus 13 oder die level 13 mauern dann muss die das schon dreimal ballern hier gibt es aber richtig beschuss vor allen dingen von den kanonen bogenschützen turm auf vier defenses auf die auf die karre hier mal sehen ob die dann noch ein aber die schafft auch nicht noch noch eine mauer das hat er sich bestimmt ein bisschen anders vorgestellt dass die vielleicht noch hier bis zum minenwerfer in die mitte kommt denn klar gehen die jetzt außenrum beziehungsweise der der eisgule geht hier okay der der eine eisgule fliegt jetzt leider aber was ist hier ist noch in der mitte am klöpfe und mal gerade gucken da ist noch einer okay da ist noch einer der fließt jetzt alles weg während die ein bisschen weiter gegangen wenn ihr etwas eher in die mitte gekommen und unter umstellen hätten sie nicht gerade doch ich glaube einer hätte immer die falle ausgelöst vor diesen fallen bis halt nicht gefeilt und ein eisgule ist halt anfällig gegen bodenfallen den sprung hatte jetzt noch gesetzt queen ist auch noch am start aber jetzt wird es auch schwer gegen die 62er queen hier mit nicht mehr ganz so viel heilung da hat er schon ein bisschen an lufttruppen verloren und da ich weiß dass der splatter immer gerne mit den hoggings angreift wird er schon mal ein bisschen außen etwas weg gemacht also das feuer wird jetzt erst mal ein bisschen auf den king gezogen und erst mal mit etwas mit so ein paar hocks hier die defensive gemacht allerdings sind jetzt auch schon drauf und was was ist jetzt noch nicht passiert hier das rathaus ist noch nicht aktiviert leute das rathaus ist noch nicht aktiviert eigentlich hat er für diesen zweck immer einen erdbeben dabei dass er wenigstens rathaus aktiviert bekommt aber mal gucken wieviel prozent er hat bis seine hocks hier am rathaus sind gucken wir mal wie das gelöst hat also das ist immer so so marke ich muss den angriff retten ich muss den angriff jetzt retten 39 prozentig bin echt gespannt ob das prozentmäßig reicht bisher im rathaus ist denn wenn die hocks einmal vorbei sind ist der angriff gelaufen ist einfach so die reiten dann nicht mehr zurück oder ist jetzt noch die defense dahinten die nehmen erstmal die nächstbeste aufs korn 49 prozent da ist es 50 prozent schuldigt und somit hat er das rathaus aktiviert worden muss er jetzt allerdings gleich auch zünden denn sonst gehen eben noch mehr hockrider hier flöten aber heil ist auch noch zusätzlich drauf da ist die zündung aber das hat er super gemacht um noch mal jetzt die nächsten prozentig mehr eine 3 hat er da sicherlich nicht mehr gedacht dafür war glaube ich der anfang schon ein bisschen bisschen schwierig mit der karre die da ja mal gerade so ein feld geschafft hat und so hat er hier versucht das beste raus zu holen 71 prozent sind auch glaube ich in ordnung und mit hockrider ist auch immer habt ihr ja gerade gesehen 49 prozent rathaus noch nicht aktiviert 50 aktiviert und wenn die hocks am rathaus sind dann hast du kein problem sind die hocks ein bisschen weiter ist der angriff gescheitert und das rathaus bleibt stehen inklusive vermutlich noch einige andere defensivgebäude weil das rathaus sicher auch noch verteidigt ja wunderbar hier also wie gesagt ich weiß noch nicht wo sie woher der weg hingeht ich hoffe wir schaffen den aufstieg es wird bock bocksperr gegen den ersten hier gar keine frage syria ftw die sind auch jetzt schon wieder gut dabei mit neun angriffen 20 stern wenn wir jetzt rechnen 10 angriffe 10 x 22 29 x 21 18 dann haben die auch schon wieder getrippelt oder halt was verbockt und zwei trippelt dass das weiß sie nie da müsste ich jetzt auf die clash of stats seite schauen wie die sich im einzelnen geschlagen haben manchmal mache ich das auch aber mal ja hier selten man kann das eigentlich schon ganz gut hier hier mitnehmen und lasst euch überraschen ich werde euch auf den laufen halten dauert allerdings noch ein bisschen wir sind dann im sechsten spieltag da bin ich dann einmal zuschauer und mal sehen ob ich den siebten da noch mitspielen darf den siebten haben war gegen den ja drittletzten klar oder vorletzten klar das ist wie gesagt das hat nicht zu sagen ja gegen den sechsten keine ahnung ob sie mich dann noch mal wieder mitnehmen oder ob sie sagen kommt tuto hat seine acht sterne hat hier was für die für die liere getan ich hoffe die folge hat euch gefallen wenn ja dann lasst mir einen daumen nach oben am ende da abonnieren nicht vergessen glocke stellen nicht vergessen nicht vergessen in die discords reinzuschauen vom vom clash cup beziehungsweise beach club das ganze läuft auch über ich habe jetzt den link rausgenommen oder dass das bildschirmfoto von der gml liga dort wird das ganze natürlich auch gepostet und ich freue mich auf jeden fall auf die vielen vielen events die uns jetzt im juli erwarten ich hoffe ihr euch auch bis dahin euer tuto